es ist was passiert xd wenn ihr mir jetzt erzählt dass das julie war rastig aus dann rast ich komplett aus ja willkommen in der runde julie entweder wurde sie gebissen weil sie kam gerade dazu oder ich wurde gewollt natürlich wurdest du gewollt habe sie im lover chat geschrieben egal was du machst gehen nicht zu julie ich habe dich gehorst schreibt er mir zurück es ist was passiert